Hallo Leute und Willkommen zurück zu Minecraft Ein Moment Okay, da bin ich wieder Leckt hier gerade ein bisschen, aber naja, gleich nicht mehr Ich hab jetzt Ich hab jetzt das Texture Pack von Honeyball drin Allerdings selbst ein bisschen gefixt, weil es zum Beispiel Probleme mit Holz gab mit diesem Rohrholz von den Bäumen hier Ja, das hab ich gefixt und ist jetzt so keine Bugs mehr Ich glaub ein Ofenback war da auch aber jetzt ist das nicht mehr und ja Was soll ich denn heute machen? Also ich nimm mal das Schwert mit Da bietet sich ja eigentlich an Bisschen Kohle 30 Eisen Fackeln Fackeln, Fackeln Komm, da kann ich hier noch So und ähm Was mach ich denn hier? So und so Und dann hab ich wieder mehr Fackeln und ähm Ich glaub dann geh ich mal in den Cave rein Weil der, der war ja noch lange nicht, ähm Fertig durchgeguckt Dann nehm ich mal Wasser mit Die Spitzacke nehm ich auch mal mit Falls wir vielleicht Obsidian abbauen Mal gucken Oh, 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 leck Und ab jetzt nehm ich auch immer Holz mit Falls man mal irgendwas vergisst Eisen nehm ich auch mal mit Äh Wieso leckt das denn grad so? Komm, wird grad dunkel, da kann man jetzt Mal hier lang Mal schnell ne Cave Weil da drüben ist sowieso dunkel Und dann stört das auch niemanden Dass ich hier im dunklen Im Cave bin Aua So, ich bin wieder da Ähm Aber ich hoffe, es leckt jetzt nicht mehr Bis jetzt sieht's noch Aua Ganz gut aus Geh ich mal hier runter Ah, guck mal Da wartet schon jemand auf uns Ist das der Weihnachtsmann? Oh mein Gott Ach, das ist ein Creeper Genau Aua Noch einer Geht doch mal scheißen, Alter Ich will nicht jetzt schon wieder direkt sterben Was leckst du denn, Mann? Oh Jetzt Tschüss Au Wow War's grad'n Slime Hey Leute Genau, ich bau jetzt mal die Fackel ab Ein Moment eben Ich muss eben regenerieren Aber das gefällt mir noch nicht Wie man Dieser Kreis da Da kommt Ein Moment So, wieder da Ja Ja, ein bisschen leckt das grad noch Ich weiß nicht So, schon besser Naja Geht 15 FPS Wow Normal habe ich so um die 50 Wenn ich aufnehme Und ohne Aufnehmen habe ich über 200 Na, ich weiß Ich habe Kohle übersehen Irgendwie Ein Penis Aua Jetzt schlag doch Mann Ähm, ja So So Was zu essen habe ich gar nicht mitgenommen, oder? Oh, genau Ich gehe es doch wieder gleich alles, hm Ein Moment Willkommen zurück So, diesmal ohne Lex Ich musste eben nur Den PC neu starten Okay, was heißt eben Ich habe vorher noch was anderes gezockt Und, ja Ähm, da baue ich hier mal erstmal die Kohle ab Was ich machen will, weiß ich immer noch nicht so genau Ach, achso Da war ich grad Ähm, vorhin So Hier bin, hier ist der Creeper explodiert, richtig? Ich glaube schon Dann gehe ich mal hier entlang So Hm Oh, hier war ich schon mal Äh Ein bisschen Kohle mitnehmen Dann gehe ich mal hier weiter Mhm Und hier geht's nicht weiter So Ja Äh Noch mal ein bisschen Kohle So Eisen erstmal mitnehmen Weil davon habe ich jetzt nicht mehr so viel Deswegen kann man das unter Umständen auch mal mitnehmen Gravel Oh, da ist Lava Lava Habe ich die Lava nicht hier reingegossen Ja, genau So Ein Moment eben So So Da hat sich grad, äh, Adobe geöffnet Ja Behindert Ja Super Ach, komm mal da oben Hallo Dann gehe ich jetzt mal besuchen Tschüss Tschüss So Au Ja Ja Das soll Wolle sein Okay Wenn du meinst, dass das so aussieht wie Wolle, Honeyball, dann ist das Wolle Das sah für mich eher aus wie ein Eisenblock, aber Das ist ja ihr Ding, was sie da macht So Und Tschüss Tschüss Lava Ähm Ja Ja, Eisen Ja, und hier geht's auch nicht weiter Super Okay, dann gehe ich mal zurück in die Höhle Nicht, da war doch noch irgendwo Da waren doch ganz viele Wege Da muss doch noch irgendwo was gewesen sein Das kann doch noch nicht alles gewesen Sein Erstmal Eisen mitnehmen Tschüpp 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 So Ha 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 Na Oha Geh weg Tschüss So Da war mein Lava Hier war Ah, genau Mach hier auch nochmal ne Fackel Damit man das besser sieht Hier noch Oha Oh, der war schon am explodieren Glaub ich Mein PC ist grad ziemlich am ruckeln Also Ich glaub der läuft heiß Was soll's Hat der Schal um Ja, genau So kalt ist es hier in der Höhle auch wieder nicht Oder hat er wohl Halsschmerzen Vielleicht ist er erkältet Vielleicht braucht er einen Tee Ach, jetzt braucht er sowieso keinen mehr Jetzt ist er ja tot Ach, du scheiße Ach, du scheiße Ach, du scheiße Tschüss Geh weg Na, ruckel Ja, XP-Farm Ja, XP-Farm Ja, meh Da ums'n Enderman Oh, man Oh, man Tschüss Ooh, yeah Jackpot moment habe ich was zu essen natürlich nicht dann mache ich mal einfach hier nur damit ich mich wieder wieder generiere hp auffülle wenn das überhaupt funktioniert das ist gut da kann ich direkt schon mal hier und dann hier direkt so ich muss mich noch an das texture pack gewöhnt ist ja ich hab das erst ich hab das schon mal die ersten part waren ja auch damit aufgenommen aber ja ich hab das nie so richtig gezockt mit dem texture pack so weiter geht's yo 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 kommt her erst mal ein paar facheln machen so aha da von da oben kommen alle gut Ender Meldung hat schluss Kripper und versteckt er sich da einfach ich hasse Spiel verstecken und macht es nicht da tue ich mir immer bei weh dabei halt nein jetzt komm her jetzt komm her soll mir nach tp dich jetzt mache ich doch nur kählen jetzt komm ich höre dich